Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Hoffmeister, ich bin Herausgeber des E-Commerce und Social Media Blogs Geistreich 78 und in meinem heutigen YouTube Video wollte ich gerne eine Rezension machen zu dem Buch Handbuch Online Shop, herausgegeben oder geschrieben von Alexander Steiralf, Ruven Rieker und Markus Bückle. Und weil sich das ja beim Video anbietet, dachte ich mir, ich starte mit so einem kleinen Unboxing und zeige euch erst mal kurz, wie das Buch ausschaut, wenn man das geliefert bekommt. Man kann hier ganz kurz sehen, das Buch, ein ziemlicher Schinken und ich packe das mal kurz aus. Ja, hier scheint anscheinend auch eine Artikeleinteilung zu sein, rotes Teil zum Lesen, sehr hochwertig aufgemacht. Hier gibt es eben eine Einleitung von Stefan Mateschek, Lektorat Rheinwerk Computing und dann haben wir hier praktikables Inhaltsverzeichnis. Bevor Sie starten, analysieren und vorbereiten, welcher Shop ist der richtige, technische Lösungen und Möglichkeiten. Dann gibt es hier Kunden zum Kaufen, Animieren, Produkt- und Warengruppen. Mit Usability, Design und Sicherheit zu hohen Conversion Rates. Dann haben wir hier noch was schneller Lieferung, schneller Erfolg. Natürlich das Thema Payment, die richtigen Zahlungsmethoden für Ihre Kunden. Und dann haben wir hier noch Kapitel 7, der Online Shop als Bestandteil Ihres Unternehmens, Integrationen in Ihre IT-Landschaft. Dann geht es noch weiter, Kapitel 8 darf natürlich nicht fehlen, Online Marketing, Kundengewinne und Umsätze steigern. 9, Suchmaschinen Marketing, so wird Ihr Shop gefunden. Und dann noch 10, Multi-Channel als Erfolgsfaktor im E-Commerce. Da geht es dann los mit den Marktplätzen. Geht noch weiter hier. 11, der Kompass im E-Commerce, Conversion Messung und Optimierung. Und dann haben wir noch 12, wie können Sie mit sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit und Umsatz steigern. Chancen und Risiken im Mobile Commerce. Unterschiede zwischen M-Commerce und E-Commerce. Und da unten haben wir noch Internationalisierung. Also scheint recht umfangreich zu sein. Online Recht, rechtlich auf der sicheren Seite. Da geht es darum, Unternehmer und Verbraucher, Versand ins Ausland, Informationspflichten, Widerrufsrecht, Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr. Was Sie über Buchhaltung wissen sollten. Hier geht es um noch Buchhaltung für Online-Shops, optimale Vorbereitung für Steuerberater. Und am Schluss hier nochmal Kapitel 17, Tipps und Tricks für Ihren Erfolg. Aller Anfang ist schwer. Häufige Fehler, die Sie nicht machen sollten. Acht Punkte, die über Ihren Erfolg entscheiden. Da können wir mal kurz nochmal ein bisschen tiefer reinschauen. Das ist leider ein bisschen schwierig hier mit dem iPhone. Also da haben wir hier Website-Gestaltung, Benutzerfreundlichkeit, Usability, das Sortiment, Preis-Leistungs-Verhältnis, Service, Bezahlung, Versand und Lieferung, Kundenbindung. Und dann statt eines Fazis Plädoyer für den Online-Handel. Hier gibt es nochmal ein Geleitwort. Das ist von Bernhard Erdler und Janina Skipper. Skipper. Wird leider nicht richtig scharf. Schauen wir mal ran hier. Scheint recht gut Aufzug gebaut zu sein. Immer wieder mit so kurzen Merkblättern und Screenshots zu Google. Mein Müsli ist hier ein Teil. Konfigurieren Sie Ihr Müsli selbst. Also hier geht es noch um die Analyse. Und ja, dann immer wieder hier schöne Schaubilder. Bezahlvorgang. Ein bisschen dargestellt. Abbildung im Frontline-Shop. Hier geht es um Landingpages bis bei Arctis.de. Ja, scheint auf den ersten Blick sehr spannend zu sein, das Ganze. Sehr systematisch aufgebaut, sehr umfangreich. Hier haben wir nochmal was. Hier geht es um das Muster, Widerrufsrecht, Online-Recht. Und hier am Ende ist dann nochmal natürlich die üblichen Empfehlungen zu anderen Büchern aus der Branche. Hier haben wir ein sehr umfangreiches Glossar, wo man sich dann gut durchhängen kann. Zum Beispiel bei E geht es los mit IBAN, IBM, Websphere, Commerce, Idealo.de, Imagegewinn, Impressum und so weiter. Und hier sind dann eben noch die Tipps und Tricks. Ja, also aus dem ersten Blick ganz guten Eindruck. Und jetzt geht es dann gleich mal nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Ja, hier ist ein Ausschnitt zu sehen aus dem Vorwort bei Amazon. Und in diesem Vorwort heißt es, wir sind uns sicher, E-Commerce wird den Handler revolutionieren. Beschäftigen Sie sich daher noch heute mit diesem spannenden Thema, damit Sie mit Ihrem Unternehmen auch noch morgen erfolgreich am Markt agieren können. Ja, entscheidend für den Erfolg von so einem Buch oder auch für die Frage, ob man es kaufen soll oder nicht, ist natürlich auch ein bisschen Wissen zu dem Autor. Ich zeige hier gerade die Webseite von dem Alexander Steyreif. Er ist Gründer und CEO von ITAPS, E-Commerce-Berater, Autor und Londonist. Und wie man hier sehen kann, eben betreibt er auch einen Blog, relativ aktiv. Also die letzten Einträge sind hier vom 28. Juli 2015, 20. Juli. Er schreibt ihm hier über Magento. Hier wird natürlich auch sein Buch vorgestellt. Und er lebt ja auch in London. Man kann hier unten auch sehen, dass sein Blog auch viele Kommentare hat, was dafür spricht, dass er da auch gut vernetzt ist. Hier sind etliche Blogs in seiner Blog-Roll. Und im Über-Mich-Bereich gibt es übrigens auch ein Foto von ihm. Also das hier ist der Autor des Buches. Und er gibt hier ein bisschen einen Einblick in sein Leben. Seit mehr als 13 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema E-Commerce, verschiedensten Internet-Technologien und der Software-Entwicklung im Allgemeinen. Im Alter von 15 Jahren habe ich die zur damaligen Zeit größte deutschsprachige Anlaufstelle zu C bzw. Net ins Leben gerufen und es mit diesem Community-Projekt bis in das Microsoft Deutschland auf erlegte Förderprogramm Clip gebracht. Mehr als 20.000 Mitglieder diskutieren täglich Programme aus dem Microsoft.net Umfeld, weswegen ich mich ebenfalls mit Entwicklungen von C bzw. Web-Anwendungen auf Basis von SAP.net befasste. Also man sieht hier schon, der ist schon seit vielen Jahren sehr stark aktiv. Und weiter unten steht eben auch, bei ITAPs fokussierten wir uns von Anfang an auf die Entwicklung von E-Commerce-Projekten und primär die technische Realisierung. Da es zu dieser Zeit leider keine wirkliche Alternative zu XT-Commerce gab, musste ich mich zwangsläufig mit dieser E-Commerce-Software beschäftigen und war umso erleichterter, als im Jahr 2008 Magento veröffentlicht wurde. Also der Alexander Steirer ist einer der E-Commerce-Experten der ersten Stunde. Und das sieht man natürlich dann noch später in seinem Buch, wo er dann aus seinem Fachwissen vieles weitergibt für diejenigen, die sich neu mit dem Thema beschäftigen möchten. Ja, wenn wir über den einen Autor ein bisschen was gesagt haben, dürfen natürlich die anderen beiden Autoren nicht fehlen. Hier sind Ruven Alexander-Rieker und Markus Bückle noch zu sehen. Ruven Alexander-Rieker ist Gründer und Mitinhaber der ITAPs GmbH, einer der ersten Magento Agenturen Deutschlands. Er befasst sich seit Jahren intensiv mit dem Thema E-Commerce. Seine Schwerpunkte liegen hierbei in den Bereichen Entwicklung, technische Beratung sowie Schulungen. Er sucht gemeinsam mit den Kunden optimale Lösungsstrategien für den Aufbau und die Integration eines Onlineshops in neue oder bestehende IT-Infrastrukturen. Das ist ja auch genau ein Schwerpunkt des Buches, eben Unternehmen zu helfen, die sich neu sozusagen in dieses Feld hineinwagen, E-Commerce, den Onlineshop von Anfang an richtig aufzubauen. Darüber hinaus ist Ruven Alexander-Rieker engagiert im Feier-Agento e.V. und Mitautor eines Magento-Handbuchs. Das sehen wir weiter unten dann gleich noch. Und Markus Bückle verfügt ebenfalls über große Berufserfahrungen im Bereich E-Commerce und Sales. Er ist Vertriebsleiter beim Heimtier-Spezialisten Kölle Zoo, wo er eben auch für den Auf- und Ausbau des Onlineshops zuständig ist. Und vorher war er bei der E-Commerce GmbH. E-Commerce ist ja eines der bekanntesten Web-Analyse-Spezialisten in Deutschland. Und darüber hinaus ist er häufiger Speaker auf diversen Messen und Kongressen. Und Alexander Steirer von Ruben Alexander-Rieker haben eben ebenfalls im Rhein-Werk Verlag ein umfassendes Handbuch zu Magento herausgebracht. Mit unserem Blog Geistreich 78 war ich ja auch schon selber ein paar Mal Medienpartner bei Meet Magento, was immer wieder spannend ist und meiner Meinung nach eine der besten E-Commerce Veranstaltungen in Deutschland jährlich ist, die dort stattfindet. Ja, insgesamt kann man einfach zu diesem Buch sagen, dass es von langjährigen Branchenexperten gemacht wurde. Sehr systematisch aufgebaut, sehr umfangreich, immer wieder mit guten Merksätzen, mit grafischer Aufbereitung. Ja, für diejenigen, die wirklich sich einfach da neu beschäftigen möchten und in den E-Commerce einsteigen, von Anfang an einen Online-Shop aufbauen, der erfolgreich sein kann, ist es für mich einfach eine Top-Empfehlung. Und ich kann dieses Buch einfach guten Gewissens weiterempfehlen. Und ich wünsche allen viel Spaß und vor allem viel, was man daraus lernen kann, um wirklich mit seinem Online-Shop von Anfang an erfolgreich zu sein. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern und ich würde mich auch freuen, wenn Sie auch unseren Blog geistreich78.info mal besuchen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank.